ich willkommen zu einem neuen video also wir machen heute eine die neue base one von mir und die sieht so rauf also ein sehr schönes exemplar so sollte mal aussieht also ich kann die hier mal so soll die mal aussehen so also ja sie glaube ich den unterschied so so dann fangen wir mal hier an also ich habe eine unterstützung heute geholt von master of dirt schaut auf jeden mal vorbei verlinkt euch das warte dirke in diese hier dachte ich mache euch das in diese ecke mache ich das da genau in die ok dann geht es jetzt mal weiter master of dirt hier ja ich würde sagen wir gucken uns das erst mal anders das was wir das alte so zu sagen so hier ist ganz klassiker nicht klappt alles sieht irgendwie pervers aus das ist aber egal schaffen wir das ok dann hier können wir und kann dir mach mal ich kümmern euch schon mal um die belichtigung so ist mehr lichter ne ich kümmern euch schon mal um die belichtigung so ist mehr lichter ne das cup ist mit einer geilen lampe die 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 dem problem ich glaubt mal das hier hast du hier ist dran gemacht das habe ich ja rein gesteckt dann ist es glaub ich falsch leute wir melden uns gleich noch mal wenn wir es einigermaßen geschafft haben wünscht uns glück bis gleich